Beware of Horses 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 Was ist das? Die hat doch immer nichts aufgelaufen. So. Natürlich zuerst einmal alles absuchen, wie gehört heute, da es ja noch immer blind ist. Aber ich sehe den jemals welche. Oder? Nö? Egal. So, da unten sind noch ein paar Orbs, die holen wir uns noch schnell. Und dann, sie ist mitgebracht. Gut. Gut. Ah, das ist noch eine. Sorry. Okie dokie. So, Madame Trippie Tucker, jetzt kannst du machen, was ich immer du willst. Gut. Und jetzt hilf mir rüber. Haha. Haha. Ja klar. Steige auf, mein Schaus. Und? Alles ok. Ja. Gehen wir zum Boot. Ok. Da hab ich noch was leuchtend sind. Entschuldigung, Jungs. Mittels. Komm, Schatz. Auf geht's. Was ist denn das für ein blaues Gewächs da? Egal. Und jetzt? Gehen wir, ehe noch mehr Max aufkreuzen. Ich fahre. Du bedienst das Geschütz. Na, war ja klar. Das heißt nicht, ach, da ist noch ein Ort. Die Waffe hat einen Leuchtaufsatz. Ist klar. Das ist ein cooles Boot, ne? Meer, Musik und Schweine. Der Freund deines Vaters ist wohl etwas seltsam. Er hat einen Großteil seines Lebens allein in der Wildnis verbracht. Da werden die meisten etwas seltsam und exzentrisch. Du meinst so wie ich? Äh, aber auch zu erfindungsreichen und starken Individuen. Sicher. Das gefällt mir nicht. Irgendwas ist dir komisch. Ja, das kann's laut sein. Wir haben Max hier drin. Halt dich schussbereit. Oh, fuck. Max von rechts! Von rechts! Oh. Sehr schön! Sehr schön! Weiter so! Hoch! 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 Was ist passiert? Der Motor ist hin! Dann reparier ihn! Versuch ich ja! Hier, wo seid ihr? Hier, wo seid ihr? Vor uns sind noch mehr! Wo seid ihr? Schiepido! Weiter! Los, los, los! Schuss! Wow! Leute, das war ein wenig knapp und das Schiff ist auch nicht mehr im besten Zustand. Oh! Hahaha! Was war das jetzt? Ende, Schluss und Aus. Na klar. Ja, sicher. Ja, die sind überall! Ja, die sind überall! Und jetzt geht's zur Steuerung am anderen Ende. Hahaha! Die Jungs haben unser Boot versinkt. Ist euch das klar? Ja. Gute Arbeit. Jetzt wieder zurück ans Geschütz. Wir brauchen es vielleicht. Ja, keine Frage. Das ist ein Anti-Mech-Gerät. Bei organischer Materie springt der Scanner nicht an. Er reagiert nur auf Mechs. Ich bin kein Mech. Oh, Mist! Das Verteidigungssystem ist aktiv! Das ist das verdammte Stirnband! Okay, ich benutze Klau. Warte hier mit dem Boot! Sei vorsichtig, Monkey. Zerstöre das Geschütz. Da ist das andere Geschütz. Hahahaha! Cool! Uh, Mina! Oh, Max. Was machen wir zuerst? Egal. Oder? Drauf los. Wo ist der andere? Gut so. Da leuchtet und funkt es durch die Gegend. Oh. 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 Monkey Auflagen. Wie kommen wir jetzt dahin? Natürlich von der ganz anderen Seite. Egal. Da müssen wir da hinten rauf. Dann werden die Minen vorbei. Und wenn die schon hier sind. Die Minen vorbei. Die Minen vorbei. Die Minen vorbei. Komm, Trippi. Bein dich. Und geschafft, Leute! Das war das letzte, letzte. Pixieland? Das kommt vielleicht gut. Welcome to Pixieland. Ah, darüber kann man so nicht, gell? In Tidoki. Also das muss noch drinnen sein, Leute. Weil dann besuchen wir ja gleich einmal Pixieland. Willkommen in Pixieland. Der zentralen Anlaufende für Straßenergie-Zellung. Lücken Sie die Waffen weg und bitten Sie nicht um Kredit. Dann müssen wir Sie nicht enttäuschen. Pixieland. Okidoki. Hier machen wir einen Schnitt, Leute. Und sehen uns gleich wieder beim Eintritt ins Pixieland. Willkommen!